So, willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Runde Far Cry, da ich ja im letzten Part glorreich verkackt habe, mit meiner wunderschönen Angel-Tour, ähm, Ende der anderen Runde. So, und ich war ja kein Blöder, ne? Ich hab mir den vorigen Part angeguckt gehabt und hab mal gesehen, dass dieser Fisch rote Augen hatte. Heißt, ich werde nach einem Fisch mit roten Augen ausschalten, ne? Falls man den von der Wasseroberfläche aussehen kann, ich weiß es nicht. Sollte man ja dann sehen. So, war ich hier halt wieder platt. Oh, war zu weit. So vielleicht. Perfekt. So, meine Aim-Skills wieder hier. Man, guck mal husten hier, oder was? So. Also, Fischi. Was ist denn los? Grüß Gott. So, ähm, Fischikowski. Hat ja rote Augen. Ah, das sehe ich leider nicht so. Achso. Da ist ein Fisch, da ist ein Fisch. Ohne Scheiße, könnte überall sein. Achso, da ist ein Weg. Scheiße, hier. Da ist ein Fisch. Boah, da könnte überall sein. Ah, jetzt ist echt die Nadel im Heuhaufen gerade. Ich hoffe, dass die nächsten Tiere etwas leichter zu finden sind. So, du rote Augen. Ich denke ja. Ey, so riesig, Alter. Wollen wir das mal hier vorbeischrimmen. Das ist wieder mein Bordeluftjahre. Und jetzt. Ah, das hält doch ein bisschen mehr aus. Ah, das wird ja auch sein, Alter. Das wird ja sein. Ich weiß genau, wo du bist. Ah, das ist die Grüße von allen. Das wird ja sein, Alter. Ah, das ist das ein Viech, ey. Meine Herren. Und. Ey, was hält dieser Fisch aus, Alter? Der ist ja OP, das Viech, Alter. Bootballer, so ein Drive-by hier. Alter, was ist das für ein Fisch? Ja. Ich bin so ein blöd und voll, aber auf einmal unter mir schrimmst. Aber zwei Schuss, verdammt. Ey, das ist nicht doof. Der schritt unter meinem Boot dann aber langsam. Komm hoch. Jetzt hab ich ihn. Das wird ja auch sein, das markiert auf dem Radar. Gut. Wenn der mich nicht anknabbern kann, schießt er, ist er weg. Ja, das ist der, ich brauche. Komm. Häh den Dicken. Jawohl. Nice. Nice. Ich wusste, rote Augen. Und da alle bloß so war und der halt ein Riesenbrummer war, könnt ihr mich schon denken, das wird der sein. Das geht gar nicht anders. Gut. Wunderbar. Da ist ein Helikopter, können wir durchs nächste Ziel fliegen? Wunderbar. Der Part läuft besser als die ja vorigen Parts. Das ist einfach plan. So, ähm. Gucken, gucken, gucken. Machen wir mal. Ich könnte doch... Ach, obwohl. Ach, ich wo? Nee, komm. Machen wir mal anders. Fliege ich hin. Dann kann ich zum Wattentats-Ziel auch gleich hinfliegen. Dann brauche ich hier nicht groß hier rummeiern. Echt, schon, ist okay. Bisschen Munition auffüllen hier. Hier auch. Alles voll. Wunderbar. Geil. So, ab zum Wattentats-Ziel. Lief echt relativ gut und relativ zügig. Ich dachte, ja, eben. Boah, so viele Frische. Aber es muss ja einer sein, der anders ist im Oeratmler. Ist ja ein außergewöhnliches Viech. Na, das ist die roten Augen. Die Größe. Aber er hat doch einen Schluck an Granaten. Ja, Mann, 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 ey. Ja, ich will es so. Uff, ne, f*** das Ding wieder ab, hier. Rette Menschen, verraubt hier. Okay, helft dir. Ne, habe jetzt gerade keinen Turn drauf. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, jetzt hier, dem Typen zu helfen, weil wenn ich jetzt hier wirklich jede kleine Nebenmission mache, die ich noch nebenbei treffe, die ja eh wiederholbar ist, dann komme ich hier in dem Spiel gar nicht voran. Und dann hänge ich nur an diese ganzen Nebenmissionen und habe nichts erreicht, aber das ist ja auch schon ziemlich. Liegt es einen Notruf an alle Kämpfer in der näheren Umgebung? Unser Außenposten wird von der Royal Army überrannt und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich. Komm, schnell! Du bist gut, du bist gut! Ja! Wie ist das? 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 noch einmal und nebenbei mal kurz ne Flagge verteidigt, auch zur Drimmung verteidigt besser kann man sie haben so, ich hab schon wieder Fähigkeitspunkte, boah das ist glaub ich ganz praktisch, weil lass mich mal ne Attentatsmission haben wo so n Dicker ist, wo ich den Dicken umbringen muss und ich kann ihn nicht verstecken, dann kann ich den Bonus nicht erfüllen also, bam nächsten Skill wunderbar gut, ähm jetzt können wir ja mal reingehen hier, würde ich das sagen und dann wieder ein paar Granaten kaufen, weil den Kontrollpunkt ja quatsch nicht zack ich muss mit dir reden was ist passiert, kann ich helfen? ja, töte ihn schick ihn in die Hölle er kam mit der Royal Army und wollte uns anwerben als wir ablehmten, haben sie alle getötet außer mir wie furchtbar er hat sich unser Haus genommen ich zeig's dir auf der Karte ich wollte es mir schon zurückholen, doch das hat nicht geklappt zu viele Soldaten er lachte nur und sagte, mein Schmerz bereite ihm Freude sag das, ne? wie geht es dir, AJ? gut, gut, umstellen sprechen und selbst dann kannst du nicht ich will heute auch noch eine Mission ja, ich keinen Bock hab mit dir zu quatschen man jeder will mit irgendjemandem quatschen lass mir in Ruhe meine Mission machen ach 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 so, er hat mir bestimmt eine Belohnung ach ja so viel Geld und so viel Krar er braucht die Belohnung von dem jetzt ohne mehr ich muss aus meinem Portemonnaie eh ne jetzt gehen wir in der Taschen oh so er ist gar nicht so leicht zu fliegen so, was war das denn schwerer Schabe komme ich ihm hier lieber oh, wir werden Waffen austauschen, ja aber komm, tauschen mal die Mission Pistole aus mag ich eh nicht so ja mit einer Pistole, aber tauscht noch mal mit der Pistole oder mit einer höhöhöhöhöh na, große Teelfliegen wäre dumm in diesem Teil gleich diesen fällt ja auch ein bisschen auf und so ein Ding, ne? aber ich würde schon mal markieren da ist einer, da ist einer und da ist keiner, gut Schleichen kann ich ja wieder nicht, weil macht ja nicht viel Sinn, weil YOLO, würde ich einfach mal sagen. Wenn ich hier mit der Person rumballern, höre ich ja eh in der Brücke rumschleichen. Also es ist keine Schleichmission. Ich kann mich trotzdem mal anschleichen. Scheiße, der sitzt da und macht seine Knarre da. Von der Brücken hätten sie mich ausgesehen, von der hätten sie mich auch gesehen. Also wie ich es gemacht hätte, das wäre eh verkehrt gelaufen. Jetzt tritt der Brücken zu mir, jetzt tritt der sich auch mit dem Brücken zu mir, die mit dem Baum killen könnte. Ah, fuck. Das ist ja scheiße. Oh Gott. Ah, so nicht. So nicht. Okay, gut. Ich muss irgendwie... Die halten alle so viel aus, diese Sonderziele. Ist ja krass. Ich muss irgendwie dieser Revolver sein. Ich möchte nicht mit einer Pistole, muss nicht unbedingt die Pistole sein. Aber sonst... Kann ich sonst irgendwie hier so... Ist nicht so YOLO. Keine Ahnung. Äh... Boah, es geht doch noch voll mit, Alter. Pfff. Oh Gott. Alter. Puh. Nice. Gut. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. An dem würde ich mich vorbeigelegen können. Das dürfte kein Problem sein. Den kann ich abstechen hier. Ah, der sieht mich doch gleich voll. Ah, jetzt geht der andere nach links. Na, wohl. Jetzt. Das heißt der... Oder an ihn. Ah, Scheiße. Jetzt kann ich ihn hier abschlitzen. Jetzt ist die Tür rechts, war zum reinkommen. Das kriegt der mit. Der andere. Kann ich... Kann ich wie in der vorigen Runde vor irgendwas Dach rein? Das wäre gut. Ah, jetzt kommt der runter. Er hat die Leiche gesehen, Scheiße. Komm, ich lass ihn, komm, ich lass ihn, komm, ich lass ihn, komm und dann schlitze ich ihn weg. Versuch's doch, Alarm. Was ist hier? Okay. Bitte noch ran. Willst du meine auch haben? Ha! Goll. Das war's wirklich nicht. Okay. Ich hau mal lieber ab. Ist mein Heli noch da? Wahrscheinlich. Weil die Mission verkackt ist, hast du auch kein Heli mehr. Was rennt ich eigentlich an den Tieren rum? Was ist das eigentlich hier? Ich weiß nicht, ich schaff's einfach mal. Ich hab' ja, sieh' was es ist. Geschicktes Fell. Wow. Das war ein Fucker drauf, ich glaub' ich mit dem Panzerfrau so ein Vieh eingeballert hab. Ich hieß, das Fell beschädigt. Gut. Obwohl, wenn ich schon hier bin, könnte ich mir da eine Spritzer reinhauen hier. Zack. Und mir wieder ein Blättchen holen. Gut. Ähm. Nächste Mission. Wo kommen wir denn da lang? Wo müssen wir... Müssen wir hin? Ey, ist das noch so ne Fashion Mission? LOL. Ist das noch so ne Fashion Mission? Sind die immer an diesem Punkt da hinten? Oder... Sind die nicht verstreut wie alle anderen Missionen auch? Wundert mich aber. Gut. Ähm. Unternehmen wir nochmal diesen... Was? Tänzen. Einen roten Hund. Einen roten Hund. Rothund. Hey, Mr. Chiffon. Ich hab' dein neustes Design gefunden. Das mit dem seltenen Rothund. Sieht gut aus. Das liebe ich so an dir, RJ. Du tust nicht so, als hättest du gefragt. Im Gegensatz zu mir. So launig. Ändert ständig seine Meinung. An einem Tag ist der Anzug perfekt. Am nächsten nicht mal gut genug für die Runde. An einem Tag hat man eine Suite im Palast. Am nächsten jagen einen diese Runde durch die Berge. So ist die Mode, schätze ich. Du hast ja so recht. Die Höhle ist nicht weit weg. Sei grimmig, RJ. Sei grimmig, RJ. Ich kann mir vorstellen, dass er mich auch sagt. Und er grimmig wurde. So. Aber was soll ich ihn umbringen? Aber was soll ich denn mit dem Hund? Ach nee. Ach nee. Ach nee. Mit dem Bogen. Hier laufen noch ein Rudeln rum. Der ist doch nicht alleine. Oder? Hunde sind doch nie alleine im Spiel hier. Ach nee. Oh Gott. Ach nee. Oh. Es wird doch böse, Alter. Es wird doch nix. Gott. Der hat so ein Anfall aus. Ah. Ah. Ich hab viel in den Ohren geschossen, ey. Aua. Eieieieiei. So. Ist der da hinten? Der hat so ne kumme andere Farbe wie alle anderen. Ich hab's bitten. Oh Gott. Ja. Ruhig. Ja. Klar. Überlebt nen Pfeil im Kopf. Genau nen Kopf geschossen hat der überlebt. Gut. Das wird aber sein. Also das coole ist hier. Man muss doch selten das hier umbringen. Dann ist es schon markiert welches es ist. Das war im V3 auch nicht so. Da musste ich alles abschlachten und so gucken was das war. Gut. In dieser glorreichen Mission haben wir noch eine davon. Hier unten wieder mal. Wenn ich gerade hier unten bin, dann möchte ich doch gerne... Ich hab schon zu viel Geld. Das war das man sagen kann. Ich hab zu viel Geld. Gut. Dann machen wir einfach mal jetzt ne Schnellreise dahin. Weil... Kommt ja nix weiter. Dann wird das wohl das letzte gewesen sein. Da unten. An Jagdmissionen. Jetzt jagen wir auch. Nur Feinde. Ist schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Oh Mann. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Das ist ja ne scheiss Spritze aller. Noch einmal Entdeckungs-Takedown. Der klingt auch ganz nett. Hier wäre er angreifbar. Aber wir müssen... Ich kann es tun. Ja? Aber man darf dich nicht sehen. Bleib in Deckung und versteck seine Leiche wenn es los ist. Und hier ist richtig... Wenn wir aufhören, dann müssen wir uns bezeichnen, dass wir da waren. Ja, ich würde das mal machen. Das ist vorhin auch so ein Teil, aber ich würde nicht langsamer. Hab keinen Bock. Ich würde nur mal gucken, was die Belohnung ist dafür. Weil wenn es sich lohnt, würde ich es vielleicht mit Tatsache offscreen machen. Weil dann würde ich nur offscreen. Was? Alle, alle knallt und kracht hier. Und da findest du welche Feinden, welche Tiere, die ich ausschlitzen wollen. Das ist ja krass hier, äh ja. Oh, da haben wir wieder ein gutes Kraut. Aber das brauche ich gerade nicht. Obwohl doch. Könnte ich ja nehmen. Hab ja Tatsache. Stackt der die Spritzen? Ich habe jetzt gerade einige genommen und nur noch 5 Spritzen. Ey, der muss die stacken, Tatsache. Oder sind mir angezeigt worden, das wäre ja geil. Dann krieg ich mir hier wirklich grüne Blätterfarben ohne Ende, Alter. An den Außenposten soll es ein Massaker gegeben haben. Alle Soldaten in der Umgebung wurden gebeten. Dann grüne, äh, rote Blatt ohne mit. Dann blaue Blatt dann auch noch. Ich nehm alle mit. Oh Gott. Oh, wir haben eine Schleich-Attentats-Mission. Wir hatten ja schon lange nicht mehr. Oh, die Waldfee. Okay. gemerkt zu werden. Meine Schelle der Pistole musst du ja wegschmeißen. Übel. Da ist jetzt in der Mitte. Ach, ey. Ach, mach doch nicht sowas, ey. Na klar rennt er in der Mitte rum. Wie auch sonst, ey. Dann muss ich das Alarm ausschalten, bevor ich in den rankomme wahrscheinlich. Ich hoffe, meine Familie ist stolz auf mich. Ja, komm doch her. Ey, dreht ihr euch jetzt gar nicht um, Alarm. Du siehst mich nicht. Wie das ja eine kursische Zeit. Zack, Nummer eins. Sehr gut. Oh, der sieht mich da hinten. Der sieht mich da hinten. Der jetzt ist voll Menger und er sieht mich hundertprozentig. Können Sie uns und versuchen, mir diesen langzuschleichen. Shit. Nein 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 nein! Ah knapp! Ach, scheiße! Ich mache das am besten. Jetzt braucht der genau zu mir noch da hin, ey. Was kann ich machen? Ich könnte die Leiche da hinschleifen. Dass die Leiche gesehen wird und ich auch gut ziehe und mich verstecken kann und ihn davon in den Ohr abmauzen kann, aber... Ach, Yolo, siehst du mich? Du siehst mich nicht, du bist kurzsichtig, wie immer. Boah, ist auch da einer. Komm, 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 komm. Take to netze, komm. Ach du Scheiße, Alter, lauf. Oh Gott, das wird eng, das wird so eng, das wird so scheiße eng. Alter. Alter. Taaah, hohoho. Nein, raus hier, pick wie die Rosine aus dem Brötchen, ey. Alter Vater. Ey, so ein fetter Fisch wieder. Abschmeißen hier den Typen. Jut. Geil. Ja, das ist ein Boot. Jetzt kann ich hier zu flüchten. Boah, richtig schön James Bond gleich hier, Alter. Rein, wieder raus. Wunderbar, gefällt mir. Das lief sehr gut. Ja. Das lief sehr gut. Okay, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ähm. Was ist das? Jagd. Überleben. Ich hätte gefährliche Tiere aus. Ja, was für Tiere. Da kommt ein bisschen so ein Nashorn an, ne. Boah. Manche, wir sind gerade 50 Mollys aushält, den Viech, ey. Gut. Ich hoffe, wir ein bisschen was verkaufen. Ja. Achso. Und meine Schelläferpistole. Die muss ich wieder reinhaben. Die muss ich wieder drin haben, sonst geht hier gar nichts. Die Waffen, wo ist die? Einzigartig war sie genau. Das war die einzigartige. Jopp. Und dann, ähm. Da bin ich gerade nur Müll drin, ey. Äh. Einzigartige ist auch hier aus. Den Bohrer. Den Bohrer. Da tauscht mal in den Bogen aus. Wenn das B anpasst. Ähm. Da muss auch noch mal anderes rein. Da muss zwei rein. Da muss zwei rein. Da muss zwei rein. Nehmt mal. Nehmt mal. Nehmt mal. Nehmt mal. Svd. Jawohl. So. Sonsten. Die Rappmörfer. Ich mag den. Ich behalte den. Äh. Ich behalte. Der ist gut. Ähm. Der macht seine Aufgabe sehr gut. So. Manchmal so ne Tiermission hier. Es gab einen Angriff. Ich höre dich. Wo genau bist du? Ich schick dir die Koordinaten. Beeilung. Sie kreisen uns ein und kommen immer näher. Bin auf den Weg. So. Tschüss zu wissen. Bin manchmal was das für ne Mission ist. Weil die ich noch gar nicht gemacht. Die kenn ich gar nicht. Und ich hab da keinen Plan von. Was. Ganz zu schweigen davon wie scharf sie mit einer Waffe aussehen. Das ist mein Mann. So. Oh. Ey. Bisschen Fronteil. Die Schnauze nach oben. Das Ding hat explodiert. Alter Vater. Hm. Oh. 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 Was für los. Was. Oh. Wir müssen Minen legen. Um hier aufzuhalten. Wenn alle auf einmal angreifen. Sind wir tot. Oh. Ist es normal dass Tiger im Rudel jagen. So wie die hier. Das ist nicht wirklich ein Rudel. Und nein. Die wurden mit Nebenprodukten aus nur aus Heroin herstellung verdient. Was hat ihre Hirne zerstört. Cool Tiger unter Heroin. Hm. Was zu denn ihr. Namaste. 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 Yoga Fritze. So. Verfluchter Tiger. Oh. 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 Hm. Fuck. Ein Tiger. Jetzt nur sehen wo die herkommen. Nutz deine Ohren. Meistens hört man sie bevor man sie sieht. Wichtigerverbräucher hier sonst. Ach. Oh. 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 Da. Oh. Oh. Geh den mal hin. Da ist einer. Gut, jawoll! Ich glaube, die kommen so schnell nicht wieder. Jetzt kann ich diese Camper zusammenflicken. Danke. Ohne dich wären wir jetzt alle Katzenfutter. Ich weiß nicht, wie viele Team Da fäll' ich nach oben. Giftige Haut! Sich verarschen! Ey, ich könnte das nicht mal looten, weil das keinen Sinn macht, weil das los ist. Das ist geil. Ach, ist doch Asi, Alter. Nur ob die Haut giftig ist oder nicht? Gut. Machen wir das auch nochmal. X-Giliole voll. Was? Gut, das hier ist drin. Hier fällt auf, ich hab gar keine Panzone. Tatsache. Gut. Ich will mir dieses Poster hier abmachen. Ich will mal gucken, was ich bekomme, wenn ich das alles mache. Gut, äh, machen wir noch eine Mission. Ja, ich würd sagen, nein. Ist schon... Ja, wir haben schon fast die Zeit erreicht. Dann würd ich sagen, wenn wir den Part hier bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!